Willkommen zurück aus Leogang. Mit dabei Toni und ist das hier nicht der Manuel Lettenbichtler? Auf jeden Fall. Wir haben ja schon wieder die Prominenz hier am Start. Yeah boy! Und ja, wir fahren jetzt. Heute den Tag am Bikepark Leogang würde ich sagen. Denkt dran, abonniert die Glocke, schreibt was in die Kommentare und dann nehmen wir euch mit. Toni mit dabei. Yeah! Basti mit dabei. Bam! Wir haben Bock. Let's go! Und wir trotten rein. Scrub. Backwheel slide. And we go on to the big ones. Und scrub. Yeah! Woo! Full High Speed Line. Tromp your left. Haha! Haha! Basti! Alleine die Fälle dazu. Yeah! Whip! Yeah! Super! Und zum Ende. Woo! Schön low. Basti fährt jetzt Antonio Stray 4, ist er noch nie gefahren. Und ich gehe mir nachher. Wird lustig. Antonio ist immer für Fun zu haben. Oh, und wir können auch noch die Secret Lomas fahren, ne? Die kenne ich ja auch noch. Was? Ich gebe kette. Wohin? 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 Sag mal Jungs, was macht ein Toni da hinten schon wieder? Digga, was war das für eine Leib gerade? Haha! Let's go boys! Dann hier die wunderschöne Landschaft. Wofür der Antonio Stray auch immer zu haben ist. So romantisch hier. Schaut es euch an. Geile Natur. Wir warten mal auf den Toni. So romantisch. Naja, aber das habe ich irgendwie anders hier in der Einladung. Einfach ein cooler Weib immer mit den Jungs hier am Bergen Fahrrad zu fahren. Ich mach. Ich m'le ich mit dir was. Ich bin. Oh mein Gott. Was machst du, Mann? Jawohl, Leif, komm! Komm, Blatt! Komm! Die fahren nicht vor. Komm, Leif! Alter! Yeah! Ja! 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 Alter, diese Bremswichse. Komm, ich will mal hinterm Leih wie Leih. Ja, mach mal was. Ich fahr nichts mehr heute. Wie sah das aus? Wie sah das aus? Ja, ich weiß. Wie sah das aus? Ey, cool. Danke dir. Weiter so. Ist es noch an? Jo. Komm. Komm, ich habe noch mal. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Wetter, 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 wetter. Ja. Ich bin sehr gut. Jetzt. ghetto. Das ist sch инжibina. 3 weiter 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 Ich würde sagen, das war's dann auch erst mal wieder. Das war gar nicht, guck mal der Wind, Alter. Oh mein Gott, das Wind ist so krass. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen, abonniert die Glocke. Das war's dann auch erst mal wieder für heute. Das war's dann auch erst mal wieder.